Meine Lieben, herzlich willkommen hier wieder bei Freas Orage und Wegweiser. Ja, das sind meine neuen Kipperkarten und wir machen jetzt mal eine kleine Mini-Legung. Die Kipperkarten gibt es ab gestern schon in meinem Shop neu zu kaufen. Das sind meine eigenen Kipperkarten wieder. Und genau, da machen wir jetzt mal, was kommt denn hier in der nächsten Zeit auf uns zu? Auf das Kollektiv, was kommt denn demnächst auf das Kollektiv oder auf dich, auf mich, auf wem auch immer zu? Oh, Veränderungen, das ist doch schon mal super. Also hier kommen demnächst Veränderungen auf uns zu. Ach, das wollten wir eher nicht. Das sind traurige Nachrichten. Wir können uns aber auch erwarten hier. Aber es wird auf jeden Fall, also passt auf, auf das Kollektiv. Wird hier in der nächsten Zeit eher so zukommen, dass hier Veränderungen reinkommen, ja, aber dass auch etwas wachsen kann. Dann kommt eine traurige Nachricht auch von jemandem rein, ne, zu dir. Das würde ich sehr, sehr traurig machen. Aber im Endeffekt wird es hier einen guten Ausgang in der Liebe natürlich auch geben. Was kommt noch auf das Kollektiv zu? Oh, guckt mal. Da kommt ein Mann auf das Kollektiv zu. Das ist doch schon mal schön. Also für den einen oder anderen kann hier auch eine Mann eine Rolle spielen, der auf dich zukommt. Was noch? Ein reiches Mädchen. Ja, hier kann natürlich auch eine Frau auf dich zukommen, ne. Also für die einen kann ein Mann auf dich zukommen, hier ein Mann, der sehr, sehr nett ist, der sehr, sehr gefühlsbetont ist. Für die anderen kann aber auch hier eine Frau auf einen zukommen, die auch sehr, sehr hier an Geld denkt, ne, die sehr materiell ist. Und zum Abschluss noch eine Karte hier, was auf uns zukommen kann. Ups, ne, die wollte nicht. Was kommt noch auf uns zu zum Abschluss? Schauen wir, was gut ist. Bitte noch eine Karte hier fürs Kollektiv. Ach, und ein angenehmer Brief. Das ist doch schön, ne. Also mir kommt hier auch rein, wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen, hier kommt auf jeden Fall auf uns eine Veränderung zu. Na klar, es können auch einige traurige Nachrichten vielleicht auch in der Liebe kommen oder sowas, ja. Mit dieser Veränderung kommt eine traurige Nachricht. Und hier wird es aber einen guten Ausgang geben, ne, für alle Beteiligten hier oben. Dann kann es sein, dass hier ein Mann auf uns zukommt, ähm, aber auch, ähm, eine Person, die eher viel Geld hat, ne, die vielleicht hier, ähm, auch angenehm ist, ne, eine Person, die sehr, sehr nett ist. Und, ja, das natürlich auch zeigen tut, ne. Genau, mein Lieben. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall hier eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.